Trochtelfingen auf der Schwäbischen Alb. Heimat des Teigwarenherstellers Alpgold. Regionalität dominiert den Einkauf von Getreide und Eiern. Zehntausende werden im Mehrwirksystem täglich angeliefert und aufgeschlagen. 85 Prozent der Prozessenergie kommen vom Hackschnitzelheizwerk. Es spart 700.000 Liter Heizöl jährlich, reduziert 80 Prozent CO2 und ein Siebtel des Stroms liefert die Solaranlage. Bei Alpgold sind die Faktoren Energieeffizienz, Förderung der Biodiversität und heimische Rohstoffe zentrale Elemente unseres täglichen Tuns. Darauf können sich die Mitmenschen auf der Schwäbischen Alb, aber auch unsere Geschäftspartner und Kunden stets verlassen. Das energieeffiziente Produktionsgebäude hat eine funktionelle Architektur und verfügt über smarte Licht- und Lüftungstechnik. Ebenso die modernen Fertigungsanlagen der Teigwaren, die auch in umweltschonende Papiertüten verpackt werden. Die sparen besonders viel CO2 ein. Wie auch dünnere Kunststofftransportfolien. Das Nachhaltigkeitsteam will die Öffentlichkeit für Naturschutzthemen sensibilisieren und unterstreicht damit das Umweltengagement des Unternehmens. BesucherInnen sind eingeladen, sich davon auf dem naturnahen Betriebsgelände zu überzeugen. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.